Hallo. Ja, das ist das Waffgeschäft. Verkaufen. Objekt. Lederhandschuh. Das war das vom Anfang, ne? 60 Jill. Gut. Äh, Gatling kann ich nicht. Gut. Und den Rest brauchen wir gerade noch. Und sein komisches anderes Schwert. Das Bastardschwert ist auch gar nicht hier mit... Ah, doch. Okay. Kann ich nicht verkaufen. Okay. Wie du schon sagtest, das geht nicht. Eisenreif. Der kann weg. Äh, Bronzereif kann... ...auch weg. Zauber auf alle Gegner. Sternenamulett. Ich heb das mal auf. Demizauber. Was ist denn ein Demizauber, bitte? Ich weiß das nicht. Materia können wir auch verkaufen, aber die hebe ich erst mal auf. So. Okay, beenden. Ist hier noch jemand? Oh, ein Fräulein. Ähm, hallo? Was ist das Materia-Geschäft? Ich glaube, der macht, dass der Gegner nicht zaubern kann. Achso. So, was haben wir denn für schöne Materia? Ohne R. Nur Materia. Macht gelevelt auf jeden Fall schon viel Schaden. Ah, ja. Erde. Güftraub. Analyse. Behandlung. Ist interessant, die haben immer nur so viel, wie hier oben in das Kästchen reinpasst, an Zeug zu verkaufen, ne? Behandlung. Zaubermateria. Materia. Behandlung. Kostet aber 1500. Oh, Behandlung. Zaubermateria. Behandlung. Die könnten echt mal hinschreiben, was das bringt. Zum Beispiel Gift wegmachen. Ah ja. Behandlung. Nehmen wir ihn einmal mit. Materie. Ich habe kein Gift. Ich habe kein Gift. Äh. Boah. Ja, dann macht das der Boden wackelt. Ja. Gut. Okay. Schöner Laden hier. Was ist denn das hier? Schönes, funkelndes. Hallo? Ich möchte mir das angucken. Ich darf nicht angucken. Na gut. Gehe ich wieder. Ich muss mir nur mal merken, wo der Shop ist. Lass mal hier nochmal herkommen. Ähm. Ja, wow. Okay. Den Shop kann ich nicht verfehlen. Der hat zwei Türen. Super. Habe ich nicht gesehen eben. So, was haben wir hier? Wer sind Sie denn? Das ist das Objektgeschäft. Hier kannst du Objekte kaufen. Oder auch verkaufen. Trank Phönixfeder gegen Mittel. Oh. Augentropfen? Ah. Blindzustand. Ja. Augentropfen. Beruhigungsmittel. Kuriert Zorn und versetzt in Trauer. Und ein Zelt. Ich habe ein Zelt, ne? Ja. Ich habe ein Zelt. Ähm. Ich habe drei Phönixfedern. Tränke bringen jetzt irgendwie gesagt auch nicht so viel, ne? Ähm. Gibt es eigentlich alle Final Fantasy Teile auf Steam? Die ersten drei nicht. Oh, die ersten beiden. Das weiß ich leider nicht. Das kann ich dir nicht sagen. So. Locko crowd. Locko. Ich behalte das, glaube ich, erst einmal. Ich bin so ein richtiger Sammler. Sammler und Horter. Na gut, dann bin ich nichts von dem. Gut, hier oben sind die Läden zum Kaufen. Das kann man sich leicht merken. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier rein. Wer sind Sie denn? Sieht aus, als wenn Sie weint. Ist es wahr, dass Shinra Ungeheuer erschaffen kann? Es ist wahr. Es ist nur ein Gerücht. Naja, wie auch immer. Solange wir Reaktoren benutzen, können wir Shinra nichts vorwerfen. Ich habe sie jetzt einfach mal angelogen, weil sie muss ja nicht unbedingt... Sie muss ja nicht in Angst und Schrecken versetzt werden. Und lass mich raten, hier oben oder irgendwo gibt es wieder was zu klauen. Hallo. Ich bin gesund. Und habe genug zu essen. Alles ist in Ordnung. Na gut, obi. Das ist schön. Wir machen Schrein hier. Schöne Betten. Aber die scheinen nicht verheiratet zu sein. Die haben Betten auseinander gestellt. Na gut. Hier ist eine Truhe. Kann ich in die Truhe reinschauen? Hallo? Ich wollte gerne in diese Truhe... Nein, okay. Darf ich nicht. Ich weiß nur, dass es für die PS1 gab es die Anthology. Und auf der Anthology sind Final Fantasy 5 und 6 drauf. Weil die habe ich letztens erst gekauft. Deswegen weiß ich das. Ähm, aber ich glaube, 1 bis 4 gab es zum Beispiel nicht für die PS1. 5 und 6 eigentlich auch nicht. Das sind glaube ich Super Nintendo Spieler, ne? Oder frühere Konsolen. Ich glaube Super Nintendo müsste es gewesen sein. Ähm, hallo. Na, das war ein komisch... Was? Da war ein komisch dreinblickender Mann. In einem schwarzen Umhang. Er trug eine furchtbar aussehendes Schwert. Sehr fyrot. Ja. Manchmal sind getrennten Betten auch in der Ehe gut. Naja. Kann man aber nicht kuscheln. Also wenn einer von beiden besoffen ist, macht das natürlich Sinn. Aber kann man nicht kuscheln. Das ist doch doof. So. Ah, wer bist denn du, Onkel? Halt. Wenn ich groß bin, werde ich Soldier. Deshalb trainiere ich jetzt so hart. Mein älterer Bruder ist so dumm. Er ist ja so plump. Ich könnte heulen. Ja, gell? Ohne kuscheln, doof. Äh. Was? Und es gibt ja immer noch 140 Betten. Wie 140? Äh. Oh. Oh. Abwehrkapseln. Okay. Das sind dann meine. Entschuldigung. Die gehören jetzt nicht mehr euch. Braucht auch Platz zum Einschlagen. Aber manchmal ist es doch schon schön. Sag mal. Rennt denn der... Sag mal. Ist der irgendwie auf Ritalin oder so? Rennt hier rum wie schon angestochen? Ach nee. Ritalin hat das Gegenteil bewirkt, ne? War ja ruhig gemacht. Boah, Treppen. Nicht schon wieder Treppen. Ich will nicht schon wieder Treppen. Oh. Ne Kiste. Yay. Die sehen so toll aus. Peacemaker. Was ist denn Peacemaker? Der macht Frieden. Ähm. Objekte. Ne Fernkampfwaffe. Ah. Okay. Cool. Ich hab bei Katzen gehört, die legen sich auch gerne mal aufs Gesicht, wenn man schläft. Ist das nicht unangenehm? Ein bisschen. Äh. Gerade geht aus. Ein ganzer Mensch an sich im Sommer kann schon recht warm werden. Macht meiner nicht. Also aufs Gesicht. Okay. Dann hast du Glück. Ich hab das aber gelesen mal irgendwie. Dass sich Katzen auch gerne mal aufs Gesicht legen. Könnte man ersticken. Ist nicht gut. Äh. Hast du gesagt, du kommst aus Midgar? Ich hab dort auch mal gelebt. Äh. Aber ich gehö... Was? Aber ich hab gehört, dort gibt's in letzter Zeit viel Ärger. Ja. Naja. Es geht. Ich hatte noch eine Tür im Keller, wie es aussieht. Oh. Ein Horni. Äh. Äh. Komm her. Äh. Tod durch Katze. Ja, das gibt's wirklich. Hab ich mal gelesen. Ja, manche machen das. Mein Karl kommt im Winter unter die Decke. Im Sommer liegt er einfach neben mir. Minzen auf der Hälfte des Bettes. Oh, das ist ja süß. Oh. Ich mag Katzen. Fifi. Wir nennen ihn einfach Fifi. Äh. Oh. Ein Maeter. Und da steht noch eine Blume auf dem Tisch. Schöne Blume. Hier sind auch wieder die Betten auseinandergestellt. Kiste. Kiste. Verschlossen. Kann's nicht öffnen. Oh, dann lassen wir's zu. So. Wir haben halt keine Doppelbetten. Ja, aber einfach zusammenschieben und fertig ist der Lack. So. Hundi. Hundi. Wack, wack. Ja. Hehehe. Tachja. Hier ist noch so ein großes Haus. Oh. Was ist hier los? Was machen Sie da? Hallo. Nö. Ich will nicht mit dir reden. Hallo. Ist sie jetzt verbuggt? Hallo. Dank der Makroenergie ist das ganze Leben ziemlich bequem. Dank Seishindra. Findest du nicht auch? Äh. Du bist schon eingenommen. Äh. Äh. Aber ich hasse es, mir vorzustellen, wie das Leben wohl ohne Makroenergie wäre. Wahrscheinlich hat sie gerade gebreakdanced oder so. Weiß es nicht. Äh. Da. Ja, weiß ich doch. So. Äh. Tür. Gibt's ja jetzt schon wieder zu lachen. Äh. So. Äh. Hallo. Ey. Bleib doch da. Makroenergie hat alles viel bequemer gemacht. Aber es scheint, dass viele Pflanzen und Tiere mit rasender Geschwindigkeit aussterben. Ich finde, das alte Leben war irgendwie besser. Findest du nicht auch? Ja, vielleicht. Klar. Hab ich recht. Das weißt du. Nicht wahr? Ja. Das alte Leben. Vor allem von dem Kind. Das alte Leben. Ja. Ähm. Das ist doch bestimmt doch irgendwas. Lass mich. Ah. Lass mich. Weg. Schon wieder. Warte mal. Die haben zwei Betten. Und offensichtlich ist sie kein Kind. Aber sie ist ein Kind. Hier gibt's keinen Vater in diesem Haus. Oder er schläft auf der Couch. Oder unterm Bett. Ich weiß es nicht. Gibt's hier nicht noch irgendwo was zum Mitnehmen? Hallo? Diese Gurken hier oder was das sind vielleicht? Hey. No. Unterm Bett. Der schläft unterm Bett. Das kann sein. Vielleicht gibt's auch noch eine zweite Etage, die man nur irgendwie durch den Ofen hier oder so erreicht. Ich hab keine Ahnung. Oder er schläft im Keller. Der schläft im Keller, der arme Kerl. Pass auf. Der ist hier unten. Das ist bestimmt ein Bett. Hallo? Äh. Kommt da nicht rein. Die Tür kann ich zwar aufmachen, aber das war's. Geht hier der Schrank auf? Nö. Geht auch nicht auf. Die haben nichts für mich. Ah, die sind doof. Dann geh ich wieder. Na gut. Dann gehen wir mal ins Innen. Ich glaub, wir haben jetzt alles hier abgeklappert. Äh. So. Das ist aber ein interessantes Innen. So sauber und so ordentlich. Schönen guten Tag. Haben Sie ein Bett? Mr. Cloud? Ihr Kuppe erwartet Sie im zweiten Stock? Okay. Äh. Was? Außer der eine Mann da. Der war neu. Was? Der war ein neuer? Ach, hier. Ja, hier. Hab ich gar nicht gesehen. Äh. Touristen, ne? Es gibt einige Dinge, die man wissen sollte und nützlich sind, wenn man umherreisen will. Möchtest du sie wissen? Ja. Ja. Dann lass mich mal erklären, wie man die Weltkarte benutzt. Also. Was willst du wissen? Kamerawinkel verändern? Betätige zuerst die Kamera auf der Steuereinheit und den Kamerawinkel zu ändern. Zwei Winkel stehen zur Auswahl. Wähle dann aus, der dir gefällt. Du kannst die Kamera dann nach links oder rechts bewegen, indem du B hoch und B runter drückst. Hm. Willst du eine finden, die dir so sagt? So wird deine Reise interessanter. Willst du noch mehr wissen? Hm. Tasten betätigen. Tasten. Du kannst reiten oder fahren, indem du okay und... Was? Indem du okay? Und du steigst aus oder ab, indem du Abbruch drückst. Das ist nicht so schwierig. Reiten. Ich kann reiten? Sagt mir nix. Ich werde es herausfinden. Äh, bitte, 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 bitte. Okay. Äh, oh ja. Du kannst nicht losstürmen, während die Weltkarte angezeigt wird. Achte also darauf, Abbruch. Nur zu... Was? Achte also darauf, Abbruch. Nur zu, wenn du aus- oder absteigst. Achte also darauf, Abbruch. Nur zu, wenn du aus- oder absteigst. Da fehlt ein... Wort. Benutzen wahrscheinlich. Na, denk dran. Denn Schokobus rennen fort, sobald du absteigst. Sei also vorsichtig. Schokobus. Schokobus klingt wie was sehr Leckeres zu essen. So, irgendwas aus Schoko. Ach nee, das heißt Schokobongs. Ist noch was anderes. Ähm. Äh, also mit Abbruch nicht sprinten, sondern absteigen. Ah ja. Äh, willst du noch was anderes wissen? Ähm, nee, lass mal. Wenn du auf einer Weltkarte bist, kannst du das Menü aufrufen und das Spiel an einer beliebigen Stelle zu speichern. Häufige speichern ist immer gut. Also dann, gute Reise. Mach's gut. Ich bleib jetzt hier und, äh, guck mich doof um. Ich weiß, dass nichts zu tun. Die armen Schokobo? Ja, keine Ahnung. Ich kenn Schokobos nicht. Das sind doch diese komischen Viecher da, ne? Diese mit den... Diese gelben oder was das sind. Mit diesem... Schnauze. Schnabel. Schnabel-Schnauze. Oder so. Eris. Äh. Cloud, du kommst spät. Ja, Entschuldigung. Ihr seid auch hier? Schnabel-Schnauze. Ja, Entschuldigung. Ich hab das falsche Wort. Das hast du gehört. Ey, Mann. Du kommst spät. Äh, tut mir leid, dass ihr warten musstet. Schätze, es sind jetzt alle hier. Ja, erzähl uns deine Geschichte. Über Sephiroth und die Krise, in der sich der Planet befindet. Erzähl uns alles. Ich wollte mal wie Sephiroth sein, also wurde ich Soldier. Nachdem ich bei einigen Einsätzen mit Sephiroth gearbeitet hatte, wurden wir Freunde. Den nennst du... Den nennst du einen Freund? Tja, nun, Freunde, kann man sich heute nicht aussuchen, ne? Er ist älter als ich und sprach fast nie über sich selbst. Was gute alte Schnabel-Schnauzen-Tier. Ja, wer kennt das nicht, ne? Ich glaube, man könnte uns als Kriegskameraden bezeichnen. Wir vertrauen einander. Bis eines Tages. Eines Tages? Ja, eines Tages. Drehte ich mich um und ging. Nach dem Krieg wurden die Soldier beauftragt, den Widerstand gegen Shinra zu brechen. Das war vor fünf Jahren ungefähr. Was? Leise Hachmach? Also, wegen Cloud, wegen Sephiroth oder jetzt wegen mir? Letzteres wäre toll. Und ich war 16. Vielleicht auch wegen der Story. Tschuckuck, 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 tschuckuck. Es regnet wirklich in Strömen. Hey du. Wie geht's? Geh dich rüden. Alles in Ordnung. Ich weiß nicht. Ich war noch nie seekrank. Das ist Seephiroth? Alles klar? Alles klar? Ja, ja. Sie waren 16. Wir waren 16. Sie waren 16. Wir waren 16. Jo. Wie spricht man den jetzt? Hat er eine eher tiefe Stimme oder hat er eine eher hohe Stimme? Ja, ja, hallo. So wahrscheinlich nicht, ne? Seephiroth ist, glaube ich, eher eine... Tiefe Stimme. Hey. Kein Opa. Kein Opa halt so. Okay. Beruhig dich. Sie haben mir eine neue Materie gegeben. Ich will sie einsetzen. Äh. Wie ein Kind. Äh. Wirst du uns über den Einsatz aufklären? Das ist kein normaler Einsatz. Gut. Warum sagst du das? Ich bin Soldier geworden, um zu sein wie du. Als ich endlich zur ersten Klasse befördert wurde, war der Krieg schon vorbei. Mein Traum, ein Held wie du zu werden, wurde durch das Kriegsende zunichte gemacht. Verdammtes Kriegsende. Darum meldete ich mich immer, wenn es einen Auftrag gibt. Um mich selbst auf die Probe zu stellen. Sag, wie fühlst du dich? Herr Seephiroth. Hey, warum denn schon wieder? Ich bin vom Leben genervt. Ach, vom Leben genervt. Okay. Tief und vom Leben genervt. Äh. Ich dachte, du wolltest den Zweck der Mission erfahren. Ähm. Unsere Mission besteht darin, einen alten Makro-Reaktor zu untersuchen. Richtend zufolge gibt es eine Störung und schlimmere Monster entstehen. Zunächst müssen wir die Kreaturen loswerden. Dann werden wir die Ursache der Störung ermitteln und beseitigen. Okay. Hm. Was ist alles? Monster? Wo? Äh. Im Makro-Reaktor bei Nibelheim. Nibelheim? Da komm ich her. Aha. Deine Heimatstadt. Und es ist gerade etwas seltsam, ist in den LKW gelaufen. Äh. Das muss das Monster sein. Achso. Wegen meinem Opa. Entschuldigung. Oh, Scheiße. Jetzt siehst du gleich seine Kraft. Eigentlich sehr interessant, dem Spieler so zu zeigen, wie stark der Feind ist. Ich bin tot. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Wo bin ich jetzt gestorben? Er hat 3.264 HP. Sefirot Stärke ist unvorstellbar. Er ist in Wirklichkeit noch stärker als in jeder Geschichte, die ihr vielleicht über ihn gehört habt. Er ist der große Babo. Okay. Aber was hat das mit mir zu tun? Ich war fasziniert von der Art, wie Sefirot kämpfte. Und dann erreichten wir Nibelheim. Ja, ist noch ein Stück hin. Ja, wie fühlst du dich? Das ist das erste Mal seit Langem, dass du in deiner Heimatstadt bist, oder? Also, wie fühlt es sich an? Keine Ahnung. Ich habe keine Heimatstadt. Also, keine Ahnung. Ich habe keine Heimatstadt. Und was ist mit deinen Eltern? Ich habe keine Eltern. Meine Mutter ist Genova. Genova? Hieß das Viech nicht in diesem komischen Krabbelkammer da auch Genova? Oh. Also, ist Genova tot? Der Tod? Nee. Oder ist seine Mutter Genova? Und die war in diesem... Ah. Sie starb direkt nach meiner Geburt. Mein Vater? Naja. Das macht das schon. Tod ist relativ. Und Tod ist ein flexibler Begriff. Also gut. Lass uns gehen. Nein. So brekk ich hier. Untertitelung des ZDF, 2020